Der Junge sah Bibi mit seinen tiefbraunen Augen an. Du kannst meine Hand jetzt wieder loslassen, sagte er trocken. Tatsächlich, sie hielt immer noch seine Hand. Wie peinlich, die ganze Klasse lachte. Ruhe, donnerte Frau Müller-Riebenseel. Bibi, setz dich sofort hin und du, Julian, kommst hier vorne auf den freien Platz. Aha, Julian, heißt er, dachte Bibi, ein neuer in der Klasse. Wie aufregend. Sicherlich hatte Frau Müller-Riebenseel ihn gerade vorgestellt. Zu schade, dass sie das verpasst hatte. Jetzt setzte er sich auf den Platz in der ersten Reihe, direkt vor Bibis Nase. Bibi, Marita stupste ihre Freundin mit dem Ellenbogen an. Warum sahen denn alle zu ihr herüber? Du bist dran, Bibi, zischte Marita. Dran? fragte Bibi. Womit denn? Mit den Hausaufgaben, Fräulein Blocksberg, schaltete sich da Frau Müller-Riebenseel mit schriller Stimme ein. Oh, sagte Bibi. Schnell nahm sie das Matheheft heraus und schlug es auf. Wo waren denn diese verflixten Hausaufgaben? Natürlich, ganz hinten. Und jetzt? Frau Müller-Riebenseel schien etwas gesagt zu haben. Wie bitte? fragte Bibi. Hörst du heute schlecht? Sagte Frau Müller-Riebenseel und verzog säuerlich das Gesicht. Ich sagte, an die Tafel bitte.